Die unentschieden Könige aus dem Frankenland, sie sind zurück und damit starten wir rein in eine neue Woche, Freunde. Neue Woche, neues Glück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit unserem wunderbar herrlichen fränkischen 1. FC Nürnberg, den wir versuchen wieder nach oben zu führen. Und ich starte, glaube ich, relativ oft so, aber ich mache es mal wieder. Der aufmerksame Zuschauer unter euch, ihr seid natürlich alle aufmerksam, der weiß, dass wir doch auch recht viel unentschieden gespielt haben. Wir gucken einmal ganz kurz rein. Ich habe das schon im Kopf gehabt, aber das Testspiel hat das noch vielleicht mal so ein bisschen verdeckt, dadurch, dass hier so ein grüner Punkt ist. Aber wenn wir das mal rausnehmen, dann seht ihr, aus den letzten sechs Spielen fünf unentschieden. Ein Sieg gegen die alte Dame aus Berlin. Im heutigen Part steht dann am Freitagabend das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 an. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Das wird geisteskrank werden gegen Joachim Löw, Freunde der Sonne. Ich bin sehr gespannt. Aber alles in allem, ja, ist so ein bisschen die Frage, wo es hingeht. Also das ist so ein bisschen, wir befinden uns auf einer Waage und wissen noch nicht, ob wir auf die Seite gehen wollen, wo es nach unten geht oder wo es nach oben geht. Das wird in den nächsten Tagen ganz interessant, ob wir uns dann festsetzen können nach ganz, ganz oben. Oder wenn noch ein paar Unentschieden hageln, geht es eher wieder ein bisschen nach unten. Aber wir sind positiver Dinge. 14 Punkte aus acht Spielen. Absolut vernünftiger Schnitt. Damit kann man arbeiten. Und damit starten wir, wie gesagt, heute rein in diese neue Woche. In diesem Sinn, wenn es euch heute wieder gefällt, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo dann, verpasst nichts. Checkt gerne die Links in der Videobeschreibung für herrliche Livestreams auf twitch.tv. Und wenn ihr euch den FM holen wollt, ebenfalls einen Link unten für knapp, ich glaube 32, 33 Euro, könnt ihr euch das Ding holen. So, und während ich einmal ganz kurz die Trainingsdinge einstelle, in einer wieder recht kurzen Woche, dadurch, dass wir am Freitagabend spielen, wollte ich mich an der Stelle auch nochmal bedanken für euer herrliches Mittun, kann man das so nennen, ich glaube schon, bezogen auf die, wir machen ja mal alle und Feldspieler, glaube ich, einfach eine ganz klassische Einheit auf dem Sonntag, bezogen auf die letzte Folge. Ich habe euch ja gefragt, wie es denn so aussieht momentan bei euch, weil ich es immer ganz spannend finde, das zwischenzeitlich und zwischendurch immer mal wieder sozusagen abzufragen. Bezogen auf eure aktuellen Saves, mit wem spielt ihr, was macht ihr so und so weiter und so fort. Und da kamen sehr, sehr viele Nachrichten rein, ich werde die gleich mal so ein bisschen durchgehen. Spielaufbau aus der Defensive, machen wir ruhig die Chancenverwertung und hier machen wir auch nochmal ruhig herausarbeiten von Chancen und ebenfalls nochmal die Chancenverwertung. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Ansonsten, wenn meine Stimme vielleicht gerade auch noch so ein bisschen grummelig, mummelig klingt, es ist gerade Montag, der 25.03., es ist 9.24 Uhr, Ortszeit. Ich habe heute logischerweise noch nicht allzu viel geredet, da klingt das immer so. So, mit dabei unter anderem Kaiserslautern, der MSV Duisburg, Stuttgarter haben wir mit dabei, aber auch im Ausland wurde trainiert. Young, glaube ich, heißt der gute Mann, zum Beispiel bei Auger, Paul bei Sturm Grazspannen, dann nochmal Lautern, Dortmund. Es gab unter anderem den FC Barcelona und zum anderen den Big City Club aus Berlin. Berlin, also sehr, 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 sehr viele verschiedene Saves, wobei ich sagen muss, größtenteils, größtenteils innerhalb Deutschlands, was ihr so geschrieben habt, bis auf Lukas, der hat wahrscheinlich den Vogel abgeschossen, den Positiven. Er spielt bei, ich spreche es wahrscheinlich eh völlig falsch aus, Broma Poikarna, Builder Nation in Schweden, gerade zum ersten Mal die Champions League gewonnen auf Platz 7, knapp hinter Portugal, in der Fünfjahreswertung geklettert. Let's go. Und dann macht er nebenbei noch einen Aachen-Safe. Warum einen Save machen, wenn man auch zwei haben kann? Das ist die Devise von Lukas. Also, sehr, 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 sehr geile Geschichte. Freut mich, da immer wieder zu hören, was ihr so treibt. Ich glaube, die Möglichkeiten im FM, die sind ja eigentlich unbegrenzt. Und nichtsdestotrotz sitzt man manchmal da und denkt sich, ich will noch einen Save-Start, aber mit wem fange ich denn jetzt an? Deswegen ist das, glaube ich, auch immer für uns alle dann ganz hilfreich. So, ich kann euch übrigens auch noch mitgeben, ich habe gestern Abend off-stream tatsächlich noch ein bisschen Zeit in dem FM verbracht und habe vor allem, was die Mitarbeiter angeht, für die zweite und für die U19 noch mal ein bisschen was eingestellt. Ich bin ins Mentoring noch mal reingegangen. Die Trainingsziele habe ich auch noch mal soweit angepasst. Also, ich habe ein bisschen, was im Hintergrund gedeichselt. Freunde, gedeichselt, versteht ihr? Wegen Schalke. Die sagen doch auch immer G und schreiben das groß und so. Deswegen mal schauen, inwieweit das vorangeht und inwieweit vielleicht auch die eine oder andere Nachricht reinkommt von wegen Vertrag bestätigen und so. Waren insgesamt relativ viele Verträge, die scheinbar letztes Jahr ausgelaufen sind. Das habe ich ein bisschen verpeilt, bin ich ganz ehrlich. Habe ich ein bisschen verpeilt, da neue Assistenztrainer und Co. aufzustellen, was jetzt, glaube ich, nicht so unwichtig ist für die zweite Mannschaft und für die Jugendmannschaft. Deswegen, da kommen sie alle. Allesamt ganz interessant. Ich habe beim Gehalt versucht, immer mal wieder zu gucken. Hat dann auch soweit funktioniert. Walter Grütter übrigens, Freunde, das ist der neue Athletiktrainer für die zweite. Mein lieber Herr Gesangsverein. Viel Spaß an die zweite Mannschaft da. Ich glaube, die Sprachkurse... Boah, müssen wir die machen? Kosten halt 20.000, 13.000, 12.000. Boah, aber ich glaube, ich mache sie mal trotzdem. Ich glaube, das sollte man auch noch haben. Das wird ja im Normalfall eh von unserem Budget abgezogen, oder? Also ganz klassisch von dem Budget, das wir zur Verfügung haben. Das heißt, das ist es uns dann schon wert. Höchstwahrscheinlich. So, da sieht es ganz gut aus. Athletiktrainer nochmal für die zweite. Und er auch nochmal. Sehr, sehr gut. Schau mal, was ich hier alles noch anstellen musste. Wir hatten so wenig Leute. Ein Großteil davon verdient Gott sei Dank auch relativ wenig. Das geht dann. Aber wir mussten da einfach ein bisschen was machen. Waren auch zum Teil nicht nur brutale Manager, beziehungsweise Assistenztrainer. Aber, ja, das sind jetzt wahrscheinlich insgesamt nochmal so knapp. Ja, was sind das? So 150.000 oder so vielleicht? Oh, Eddie Gustafsson wurde abgesagt. Oh, Moment, da muss ich jetzt mal kurz schauen. Haben wir jetzt einen Fehler gemacht? Stimmt, ich glaube, ich hatte leider Gottes einen Assistenztrainer. Ähm, zu viel. Ähm, einen Vertrag angeboten. Ja, super. Das ist einer, einer zu viel. Das ist einer zu viel für die U19. Kriege ich das jetzt nochmal irgendwie gelöst? Nee, ne? Elliot Dickmann. Zumindest der, der am wenigsten verdient. Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, ich hatte nämlich nicht dran gedacht, dass der Co-Trainer nicht gesondert, ähm, nicht gesondert aufgeführt wird. Okay, da brauchen wir noch einen Torwarttrainer, werde ich mir merken. Ähm, müssen wir, müssen wir dann dementsprechend auch nochmal, auch nochmal machen für die U19. Das ist, ist nicht so schlecht. So, Erik Weckesser fällt erstmal fünf bis sechs Tage aus. Das ist nicht schön, aber das ist immerhin keiner unserer absoluten Stammspieler. Physiotherapeut muss man auch nochmal übrigens den einen oder anderen mit reinnehmen. Und auch nochmal ein paar Leistungsanalysten einfach, damit wir insgesamt auf einem akzeptableren Niveau stehen. Und was ich festgestellt habe, das wollte ich euch auch mal fragen. Es gibt hier angeblich, wo haben wir das denn? Hier. Jetzt sind wir bei der zweiten Mannschaft, kann natürlich sein, dass das wie ein Platzhalter ist und diese Vorlage an potenziellen, ähm, Möglichkeiten immer so aussieht. Aber schaut mal, Jugendabteilungsleiter. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, für seine zweite Mannschaft ebenfalls einen Jugendabteilungsleiter einzustellen? Also, keine Ahnung, wenn man dann irgendwie der FC Barcelona ist oder was auch immer. Das wäre ja Wahnsinn. Stellt euch mal vor, zwei Jugendabteilungsleiter doppelt der Youth Intake. Es wäre gigantisch. Aber ich glaube, es ist leider nicht möglich, wenn mich nicht alles täuscht. So, wir gehen rein. Es ist übrigens auch, das sollte man nicht vorenthalten, aber der aufmerksame Zuschauer, der weiß das ja. Es ist das letzte Spiel, bevor es in eine weitere Winterpause, ja, moin, in eine weitere Länderspielpause gehen wird. Mit dem Testspiel dann gegen Bayern Hof. Also, da jetzt nochmal mit einem guten Gefühl rausgehen, wir überragen Schalke ja auf Platz 1. Also, es ist das absolute Top-Spiel. Und ich wäre durchaus zufrieden, wenn wir auch einen Unentschieden holen. So ehrlich müssen wir sein. Flick, der ja leider Gottes gelb gesperrt ist. Nach sieben Spielen die fünfte Gelbe schon abgeholt. Das heißt, wir bringen einmal Kastrop auf die Bank. Ach so, und ich habe übrigens noch den einen oder anderen in die zweite, beziehungsweise doch in die zweite Mannschaft gesteckt. Wie Niklas Jan und so, die jetzt bei uns eh nicht zum Einsatz groß kommen. Jetzt bin ich noch am überlegen. Ali Luhn maximal 45. Morrison könnte ich theoretisch nochmal mitnehmen. Ach so, die Puerta haben wir doch hier, Freunde. Völlig verpeilt. Dann nehmen wir natürlich einen Puerta mit. Die Benedetto auch wieder mit am Start, nach langer, langer Verletzung. Den einen oder anderen habe ich auch nochmal kritisiert, was die Form angeht. Aber ansonsten werde ich, glaube ich, fast so reingehen. Katterbach hat sich so ein bisschen festgespielt als Rechtsverteidiger. Ist auch irgendwie interessant. Aber alles in allem passt das, glaube ich, ganz gut. So, auf den schwachen Fuß zwingen. Und David Duris. David Duris. Ach, hier ist er. Auf dem rechten Flügel. Sollen wir engen Mann decken. Vertrauen wir mal unserem Co-Trainer, Freunde. Okay, nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Wir gehen rein. Ach so, warte mal. Hangbo wollte ich nochmal schauen. Momentchen. Momentchen. Hangbo rein? Ja, nein. Ja, kann man machen. Gut. Auf geht's. Gehen wir es an. Ist es heute das erste Spiel, in dem wir eine Niederlage kassieren? Oder geht die Serie weiter? Das ist eine große Frage. Es ist übrigens ganz lustig. Dadurch, dass ich im FM-Safe auf Twitch mit Eschbiak, hat man auch den Saison statt. Ich glaube, da sind wir sogar noch ein... Ja, wobei, können auch so siebter, achter Spieltag sein. Aber da sind wir auch ungeschlagen. Also die aktuellen Saisons auf Twitch und auf YouTube, da läuft jeweils eine ungeschlagen Serie. Mal gucken, welche länger hält. Da nochmal die Ausstellung der Schalker. Vorne mit Ter Rodde. Da wird sich nochmal die Hand gegeben. Joachim Löw und Lukas Hösch. Der ehemalige Weltmeister-Trainer und der zukünftige Weltmeister-Trainer. Nicht. Und wir gehen es an, Freunde. Auf geht's. Los geht's. Rund geht's. Was ist möglich gegen S04? Heute übrigens am Start ein Wässerchen. Den Kaffee gibt's dann erst gleich, wenn ich den Stream anschmeiß um 10. Einen Kaffee am Morgen und der zweite, den gibt's dann meistens bei mir zum Streamstart. Deswegen dachte ich mir, ein Wässerchen heute mal auf YouTube. Habt ihr nämlich auch geschrieben. Ich hab doch neulich mal gefragt, was ihr so trinkt. Oder wie euer Gefühl ist auch bezogen auf unsere Leistung. Also gewinnen wir mehr Spiele, wenn ich einen Tee trinke in der Aufnahme oder einen Kaffee? Ich hab gemeint eher der Kaffee, ne? Aber einige von euch trinken auch im Wasser. Ist ja auch gut. So, Joe Hangbo. Der ist auch nicht schlecht. Mats Möller-Dehli mit dem ersten Abschluss. Nicht mal eine Minute gespielt. So schnell wie bei der deutschen Nationalmannschaft. Mit Flo Würz ging's leider nicht. Wie gegen Frankreich mit dem Tor. Aber zumindest gehört die erste Aktion den Franken. Schalke mit sehr viel Ballbesitz in den ersten Minuten. Und ich werde mal ermutigen. Boah, schau euch das an. Zehn Minuten gespielt. 84% Schalke. Das ist ja Wahnsinn. Drei Schüsse, vier Schüsse jetzt schon. Aber scheinbar noch nicht ansatzweise was Gefährliches. Zumindest sehen wir keine Highlights. Highlights, Ballbesitz. Passt sich jetzt zumindest mal ein bisschen an. Und ich ermutige nochmal. Geh mal lieber auf ausgewogen. Jeltsch übrigens auch gelb vorbelastet. Sollte der die gelbe Karte sehen, dann fehlt er in der nächsten Partie. Nach 30 Minuten passiert nix. Jekyll jetzt vielleicht. Der Aufbau. Katerbach. Auf, Teil an Dumann. Schalke sehr, sehr aggressiv. Halten die Räume recht eng, muss man sagen. Schöner Ball. Katerbach kriegt ihn quer. Pepi. Das sind die Dinger, die wir machen müssen. Und die ein Pepi braucht, um in eine richtig gute Form zu kommen. Riccardo Pepi, Junge. Schade. Kiel führt gegen Rostock. Und Braun mit der Ecke an den kurzen Pfosten. Terodde erstmal da. Nochmal Pepi abgelegt. Mats Möller. Dehli kommt nicht ran. Bisschen zu kurz. Und dann gibt es den Einwurf. Halbe Stunde durch. Es war die beste Chance dieser Partie. Aber noch will er nicht rein. Ich ermutige nochmal. Ecke wurde geskippt. Da steht es 4 zu 3 nach Ecken für uns. Schalke, wie gesagt, mit mehr Anball. Die beste Möglichkeit hatten wir. Momentan erstand der Dinge. Schalke bliebe auf 1. Wir werden vorübergehend auf der 2. Und Roi sieht gelb. Aber wir stehen defensiv scheinbar ganz gut. Lassen da so gut wie gar nichts zu. Und ihr seht es auch anhand des Matchmomentums. Es kippt zumindest in den letzten Minuten auf unsere Seite. Wenn wir nicht schießen, können wir nicht gewinnen, Freunde. Das ist eine Aussage, die ist immer richtig. Hangbo ist fitness-technisch schon eher ein bisschen schlechter unterwegs. Hat aber eine 6'9. Usu eine 6'6. Ricardo Pepi eine 6'4. Durch die vergebene Großchance. Jeckel hinten auch mit einer 6'6. Aber ich werde mal, glaube ich, das Passspiel einen Ticken höher machen. Und versuche auch noch mal ein bisschen vielleicht mehr über Standards zu gehen. Ansonsten, Wechsel wird es erstmal keine geben. Wir gehen rein in Durchgang 2. Wieder Jeckel. Katterbach. Ball auf Hangbo kommt nicht an. Rodriguez. Dazwischen. Gibt es das nächste Unentschieden, Freunde. Das wäre ja ganz überraschend, wenn wir mal Unentschieden spielen. Was sagt man da eigentlich zu? Also, ihr könnt mal gerne eure Meinung so ein bisschen in die Kommentare schreiben. Was haltet denn ihr von unserer aktuellen Serie? Also, seht ihr diese Unentschieden-Serie eher positiv? Seht das eher negativ? Was ist denn da so das Gefühl? Katterbach. Ja, 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 ja. Möller-Dehli abgelegt. Das ist Daniel Brown. Da war noch jemand dran. Ex der Ecke. Ich kann das nämlich auch noch nicht so ganz deuten. Pepi nehme ich jetzt dann übrigens raus. Kanja wird gleich kommen. Thailand-Dumann mit dem Eckball. Ball kommt in die Mitte. Ball kommt lang. Katterbach abgelegt. Möller-Dehli. Nochmal Thailand-Dumann. Oh, Finn Jeltsch. Ganz unten. Erstmal Brown. Und dann wird das Ganze geskippt. Also, zwei frische neue Kräfte, würde ich behaupten. Brown ist auch nervös. Soll ich gleich dreimal wechseln? Also, Hangbo nehme ich raus. Bring Limnios gerne. Pepi raus. Kanja. Und wenn Brown der danach schlechteste eigentlich mit ist, bringe ich Handwerker. Ich meine, der ist auch nervös. Aber den kann ich zumindest hier nochmal was mitgeben. Tim immer noch trotzdem ein wenig zurückhalten. Aber gut, wir gucken. Ich werde noch dazu jetzt das mal angehen auf hohe Flanken, wenn wir Julian Kanja vorne drin haben. Ändern wir mal die Herangehensweise, was das angeht. 65 Minuten durch. So, ich glaube, wir sehen gerade zum allerersten Mal ein Highlight der Schalker, oder? Schallenberg. Ue Traogo. Ball geht drüber. Das war dann auch das Highlight. Also, dadurch oder dafür, dass wir gegen den Tabellenführer spielen, machen wir das Defensiv wahnsinnig gut. Aber in der Offensive passiert halt auch wenig. Es ist ein lahmes Topspiel. Und hatten wir nicht in der letzten Partie auch ein 0-0? Im Grunde sind wir jetzt nicht nur die unentschieden Könige, sondern auch die 0-0er, oder was? Sind wir jetzt hier die 0-0er? Konuki darf nochmal rein. Und ich bringe einen... Ah, ich bringe mal lieber einen Puerta nochmal rein als BBM. Die Benedetto müssen wir jetzt auch langsam wieder ranführen. Da tut uns die Länderspielpause, glaube ich, auch nochmal ganz gut. Daumen drücken, dass sich da niemand verletzt. Und dann wäre das insgesamt ganz schön. Julian Canja auf Jeckel. 15 Minuten noch zu gehen im heimischen Wohnzimmer im Max-Morlock-Stadion. Finjage. Okunuki. Oben kriegen wir leider nicht durchgesteckt auf außen. Puerta ganz unten vielleicht. Ja, ja, ja. Kastrop kann er ihn spielen nie. Okunuki, nochmal Kastrop. Handwerker. Der war gut. Der bringt Platz. Tim Handwerker mit der Möglichkeit. Und Seguin geht in den Zweikampf und vor allem in den Mann. Jetzt müssen wir nur mal gucken, war der innerhalb oder war der außerhalb. Aber ich glaube, es gibt den Elfmeter. Es wird geprüft und er wird gegeben. Und ich habe alles eingestellt. Den dürfte jetzt Tim Handwerker schießen. Der eingewechselte, nervöse Tim Handwerker. Der beste Elfmeterschütze, der auf dem Platz steht. Und wie! Tim Handwerker. 77. Minute. 1 zu 0 für den Klub. Und damit der Sprung auf Platz 1. Meine Damen und Herren. Wir gucken mal rein in die Tabelle. Ja, die ist noch nicht ganz aktuell. Schalke einen weniger. Hier zwei mehr. Wobei, 17-17. Da kommt es aus Torfeldnis an, oder? Ja, so ist es. Ah, da sind wir noch nicht auf 1. Ein Tor fehlt mindestens noch. Eventuell sogar zwei. Tordreferenzgrad um zwei unterschiedlich. Aber sollten wir eins schießen, geht es bei uns um eins hoch und bei den Gegnern ja um eins runter. Das ist ja ein direkter Duell. Ich bin clever. Aber wer weiß, wer die mehr erzielten Tore hat. Erstmal konzentrieren. Finn Jeltsch. Völlig egal, was die Tabelle sagt. Sollten wir hier einen Sieg gegen S04 mitnehmen. Es wäre brutal. Und es wäre zumindest nicht unverdient insgesamt. Also klar, den Elfer, da muss er ein bisschen Glück haben. Pepi hatte diese wahnsinnige Chance. Wir machen dann schon ein bisschen mehr. Limnios. 2-0. Doppelschlag im Frankenland. Limnios und Handwerker, die eingewechselten machen es, Freunde. Goldenes Händchen. Und das war nicht leicht. Katerbach über die Seite durchgesteckt. Limnios. Und der geht einfach mal ins Dribbling. Und haut den aber unwiderstehlich rein. 2-0. Klub. Und jetzt sind wir auf Platz 1. Freunde. Jetzt sind wir auf Platz 1. Aber Schalke kommt. Möckchen. Ecke. Kommt Schalke nochmal ran. Oh. Schallenberg. Ball geht knapp vorbei. Wir spielen es definitiv ruhiger. Verzögern hier ein bisschen. Ziehen uns weiter zurück. Und gehen zwar weiterhin ins Pressing, aber nicht mehr in vorderste Front und nicht mehr auf den Keeper drauf. Wechsel haben wir ja leider keinen mehr, aber das ist okay. Also eine Partie, die eigentlich recht langweilig war am Anfang, nimmt ordentlich Fahrt auf im zweiten Durchgang. Und wir loben einmal 90. Der Handwerker sieht gelb. Der, den Treffer, zielt hat 77. und 78. die Tore. Und jetzt ist gleich Feierabend, Freunde. Wir besiegen den FC Schalke 04. Hier und heute mit 2 zu 0. Und stehen damit, ja, aber mal ganz entspannt aktuell auf Platz 1 am Freitagabend. Am Wochenende darf gefeiert werden. Unglaublich. Es war sehr solide runtergespielt. Das kennt man vom Klub nicht, ne? Hinten kaum was zugelassen und vorne eiskalt. Das ist eine Mischung. Eine gefährliche Mischung. Auf die ich mich oder an die ich mich gewöhnen könnte. Liebe Kollegen und Kolleginnen. Schaut euch das mal an. Herrlich. Jetzt sind wir wieder fast am 2-Punkte-Schnitt dran. An dem von mir geforderten. Und wir haben einfach mal Joachim Löw outplayed. Klub zu Hause seit 10 Spielen ungeschlagen. Auch sehr stark. Also natürlich wettbewerbs- bzw. saisonübergreifend. Katerbach der beste Mann. Wir gehen einmal rein und loben. Beziehungsweise, ja, kritisieren, wenn es was zu kritisieren gibt. Nur Janik Hofmann, der Einzige in ganz Nürnberg, der schlecht trainiert. Janik, mach dir mal Gedanken. Und dann nehmen wir natürlich noch den Samstag und den Sonntag mit, um einmal den Spieltag komplett abzuschließen. So, da wurde der ein oder andere von der Auswahlliste entfernt. Unter anderem hier Thomas Ischerwood. Ehemaliger Darmstädter. Aber da sind wir eigentlich ganz gut besetzt. Leon Heinke. Das sind nochmal viele, die dann wirklich vereinslos waren. Ihn haben wir noch. Brauchen wir aber nicht. Marlon Morgenstern. Toller Name. Auch nochmal ein IV. So, Patrick Kapp. Und Christian. Ah, der hat aber bestimmt, der ist verliehen. Über den haben wir ja schon geredet. Da unten wissen wir wahrscheinlich auch einfach zu wenig. Um Gottes Willen sind das viele. Ah ja, das sind die, die ich alle hier auf die Liste gepackt habe. Auf die Auswahlliste Deutschland oder so. Ich verstehe. Ist okay. So, die große Frage wird jetzt sein, bleiben wir auf Platz 1? Einfach nur, es wäre geil. Ist völlig egal am Ende des Tages, weil es noch so früh in der Saison ist. Aber es wäre natürlich Wahnsinn. Paderborn, Magdeburg könnten vorbeiziehen. Paderborn höchstwahrscheinlich mit einem normalen Sieg. Magdeburg bräuchte dann schon ein paar Törchen. Aber die spielen beide heute. Also schauen wir mal. Es könnte ganz gut aussehen, dass wir am Ende dieser Folge Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga sind. Nach einem 2-0-Heimsieg gegen den FC Schalke 04 mit Rostock, Köln-Heidenheim im Pokal und dann der Westforsstadt vor der Brust. Und ihr seht, es ist passiert. Es ist passiert, Freunde. Dreams come true. Die Sonntagsspiele stehen es noch aus, aber es spielt nur Darmstadt noch. Und die können maximal auf 16 Punkte kommen. Das heißt, wir beenden Spieltag 9 auf Platz 1. Ganz ungeschlagen in Liga 2. Hangbo erhält Berufung, gegen Kongo und Ägypten für Togo zu spielen. Herzlichen Glückwunsch. Unsere U19 gewinnt 2-0 gegen Regensburg. Auch das sieht ganz gut aus. Vorne drin mit Alexander Neumann. Eines der absoluten Top-Talente noch bei uns. Wobei, ich glaube, wir hatten doch noch ein anderes absolutes Top-Talent. Schauen wir mal hier. Nicht Bräunig, nicht Sanogo. Werden die ja gar nicht aufgeführt. Warte mal, ich gehe mal rein. U19. Doch, Alexander Neumann. Ne, Klaus Weber. Den habe ich aber gemeint. Klaus Weber bin ich auch nochmal gespannt. Auch bis zu einer halben Million. Und Zanis haben wir noch mit am Start. Auch nochmal sehr, sehr stark die Offensiv-Attribute. Ja, mal gucken. Mal gucken, was das wird. Aber wir nehmen jetzt, wie gesagt, erstmal den Sonntag mit. Und dann haben wir in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich entweder einen längeren Part oder einen reinen Länderspiel-Pausen-Part. Das müssen wir mal schauen, wie wir das genau angehen. Ich kann euch auch schon mal so viel sagen. Ich werde über Ostern in Berlin sein. Mit der Freundin bzw. der Schwiegermutter, der Schwägerin und dem Schwager. Ist das ja der Wahnsinn. Unter anderem auch beim Spiel des 1. FC Nürnberg in Berlin. Am Samstagabend. Top-Spiel. Da werden wir im Berliner Olympiastadion höchstwahrscheinlich sein. Aber worauf ich hinaus will. Dementsprechend werde ich höchstwahrscheinlich ein paar Folgen vorproduzieren müssen. Damit ihr über die Osterfeiertage dann versorgt seid, wenn ich nicht da bin. Also nicht wundern. Beziehungsweise wenn es irgendwas Wichtiges gäbe, was ihr noch unbedingt loswerden wollt. Was wir unbedingt einstellen müssen. Dann sagt mir da gerne Bescheid, damit ich das noch sehe, was eure Kommentare angeht. Bevor die Vorproduktion startet. So, das ist auf jeden Fall nochmal die Tabelle. 4 Siege, 5 Unentschieden. Differenz von plus 5. 17 Punkte aus neuen Spielen. Der Klub vor Schalke und Hertha. Unten drin haben wir Kiel, Osnabrück und den KSC. Vor allem Osnabrück und Karlsruhe noch ohne eigene Siege. Also Karlsruhe jetzt schon 7 Punkte hinter dem rettenden Ufer. Das ist krass. Das ist krass. Vor allem, weil deren Kader jetzt nicht so schlecht ist. Mal schauen, ob wir da jemanden wegschnappen können im Winter oder dann im Transfersommer. Aber das ist noch weit hin. Ich würde sagen, das war es soweit erstmal von mir für heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wer da mehr sehen wollt, Abo da lassen. Nichts verpassen. Checkt die Links in der Videobeschreibung, wenn ihr euch den FM holen wollt. Oder auf Twitch vorbeischauen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Montag. Kommt gut in die Woche. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit der nächsten Folge. Dann mit der Länderspielpause. Und gegebenenfalls mit dem Match gegen, ich glaube, Rostock war es. In dem Sinn. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.